Jakob Michael Karl Hartmann, ab 1843 Ritter von Hartmann und ab 1871 Freiherr von Hartmann, war ein Offizier, zuletzt General der Infanterie der Bayerischen Armee, Leben. Jakob wurde als Sohn des Winzers Georg Hartmann und dessen Gattin Barbara, geborene Geiter geboren. Sein Onkel mütterlicherseits, der französische General Michael Geiter, bereitete ihn für eine militärische Laufbahn vor. In Folge dessen trat er am 23. Oktober 1804 als Infanterist in das französische 15. Leichte Infanterie-Regiment ein. Am 15. Oktober 1806 zum 1. Infanterie-Regiment des Großherzogs von Berg versetzt absolvierte er bis 1811 in den französischen Militärleranstalten zu Bonn und Saint-Cyr, so dass er am 20. Juli 1811 zum Unterleutnant ernannt in dem Infanterie-Regiment, in dem er am 17. Dezember 1811 bereits zum Oberleutnant befördert wurde, seinen Dienst antreten konnte. Nach Entwaffnung der Truppen des Rheinischen Bundes wurde er zum französischen 27. Infanterie-Regiment versetzt. Nach den Kämpfen 1814 und 1815 wurde er für die Ehrenlegion vorgeschlagen. Am 20. Februar 1816 wurde Hartmann auf eigenen Wunsch aus den französischen Diensten entlassen. Am 13. Juli 1816 wurde er als Oberleutnant in das Bayerische 10. Linien-Infanterie-Regiment Junker übernommen und 1818 zum topografischen Büro versetzt. Hartmann übernahm die am 1. Juni 1822 neu aufgestellte Pionierkompanie, welche dem Generalquartiermeisterstab unterstand. Seine Versetzung in den Generalquartiermeisterstab erfolgte am 27. Mai 1827. Am 1. April 1827 wurde Hartmann in das königliche Kriegsministerium abkommandiert und am 21. Mai 1829 zum Hauptmann. Am 29. November 1838 zum Major befördert. Am 6. Oktober 1842 zum Adjutanten des Kronprinzen Maximilian von Bayern ernannt wurde er am 18. Dezember 1843 bei der Ritterklasse der Bayerischen Adelsmatrikel eingetragen und am 18. Oktober 1844 zum Oberstleutnant befördert. 1846 wurde er zudem mit dem Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. Nach der Thronbesteigung des Königs Maximilian II. Josef am 31. März 1848 wurde Hartmann zum Flügeladjutanten ernannt und zum Oberst befördert. Ab 19. Juni 1849 zum Generalmajor befördert war er Brigadier in der 2. Infanteriedivision. Am 19. März 1852 wieder Flügeladjutant des Königs wurde er gemäß Signat des Königs am 3. November 1854 in das französische Lager bei Boulogne entsandt, wo er kurz darauf das Großoffizierskreuz der kaiserlich-französischen Ehrenlegien erhielt. Nach der Umgliederung der Bayerischen Armee zum 1. September 1855 behielt er das Kommando über die 3. Infanteriebrigade der 2. Armeedivision und sammelte im September 1858 bei größeren Übungen mit gemischten Waffengattungen Erfahrungen im Gefecht der verbundenen Waffen. Am 23. Februar 1861 wurde Hartmann zum Generalleutnant befördert und zum Generalkommandanten von Würzburg ernannt. Im Krieg 1866 hatte er das Kommando über die 4. Infanteriedivision, mit der er am 4. Juli 1866 selbstständig das Gefecht bei Rostov gegen die preußischen Truppen des Generals Karl Freiherr von Wrange lieferte, dessen Ausgang für ihn allerdings wenig glücklich war. Am 27. Juli war Hartmann bei der Beschießung von Würzburg beteiligt und lieferte tags zuvor bei den Herstatter Höhen ein Reitergefecht. Im Gefecht bei Rostov zeichnete er sich dennoch durch Klugheit, Mut und Entschlossenheit zum Vorteile der eigenen Truppe aus, so dass er nach einstimmigem Beschluss des Ordenskapitels mit Armeebefehl vom 20. August 1866 die K-Sekunden-Ritterkreuz des Militär-Max-Joseph-Ordens erhielt. Am 28. April 1867 wurde er zum Inhaber des 14. Infanterieregiments ernannt. Am 8. Januar 1869 wurde er zum General der Infanterie befördert. Während des Deutsch-Französischen Krieges führte Hartmann das 2. K. G. L. Bay-Armee-Korps. Am 4. August 1870 erstürmte er Weißenburg und veranlasste zwei Tage später durch sein energisches Vorgehen auf dem rechten Flügel den Beginn der vom Oberkommando erst für den nächsten Tag beabsichtigten Schlacht bei Wörth. Am 14. August zwang Hartmann die Festung Marsal zur Übergabe. Für seine militärischen Verdienste bei den Schlachten bei Weißenburg und Wörth wurde er gemäß Armeebefehl vom 11. Oktober 1870 mit dem Kommandeurskreuz des Militär-Max-Joseph-Ordens ausgezeichnet. An der Schlacht bei Sedan am 1. September hatte er einen wichtigen Anteil. Zwischen dem 16. und 19. September errang er bei den Schlachten von Corbeil, Bourla-Reine und Petit-Beistre die ersten Erfolge vor Paris. Er eroberte danach das von General Ducot verteidigte Plateau Moulin de la Tour. Am 18. Oktober 1870 erhielt er für sein schneidiges Verhalten zur Entlastung der 18. Preußischen Infanteriebrigade bei Plessis-Piquet und Moulin de la Tour das eiserne Kreuz i. Klasse. Mit Armeebefehl vom 22. Dezember 1870 wurde er für die Gefechte bei Plessis-Piquet und Moulin de la Tour vor Paris schließlich mit dem Großkreuz des Militär-Max-Joseph-Ordens belohnt. Nachdem er am 5. Juli 1871 in den erblichen Freiherrenstand erhoben wurde, nahm er am 16. Juli 1871 an dem feierlichen Einzug der siegreichen bayerischen Truppen in München teil. Hartmann, nach der Armee-Reform nunmehr kommandierender General des 2-Armee-Kohr in Würzburg, erhielt am 1. März 1872 den Pur-Le-Merit. Ehrungen, Ritterkreuz des russischen St. Wladimir-Orden CV, preußischer Roter Adler-Orden III, Roter Adler-Orden i, Eisernes Kreuz II, Eisernes Kreuz i, Kronen-Orden i. In seinem Geburtsort Maikammer wurde ihm 1900 ein Bronzestandbild aus Kanonenmetall errichtet. Die Hartmannstraße in der Münchner Innenstadt wurde nach ihm benannt.